Ein großer Sieg, Kommandant. Sie haben mir Ihre Verlässlichkeit bewiesen. General, wir haben es fast geschafft und das Reich zurückgeworfen. Aber ohne unsere Flotte können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Wir sollten den Hafen von Vladivostok zurückerobern. Wieso lassen wir das nicht unseren jungen Kommandanten erledigen? Machen Sie sich nicht lächerlich, Chedenko. Das Reich hat dort starke Truppenverbände. Das ist keine Operation für einen Anfänger. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Kommandant diese Aufgabe bewältigen kann. Nein, ich sehe das etwas anders. Ich weiß Ihren Standpunkt zu würdigen, General, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Ja, das haben Sie klar und deutlich ausgedrückt. Kommandant, in einer Sache hat der General absolut recht. Wir können ohne unsere Flotte diesen Krieg keinesfalls gewinnen. Ja, und deshalb müssen Sie die Truppen des Reichs aus unserem Hafen vertreiben. Guten Morgen, guten, bitte guten Abend, guten, 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 guten Tag. Die Truppen des Reichs haben den Hafen von Vladivostok besetzt, den ehemaligen Heimathafen der sowjetischen Pazifikflotte. Als weiteres Zeichen seiner Arroganz wurde dort im Auftrag des Sohns des Kaisers ein kunstvoller Palast errichtet. Wir müssen Ihnen zeigen, was sowjetischer Stolz bedeutet, indem wir Sie aus unserer Heimat jagen. Zerstören Sie diesen Palast und sichern Sie unsere Küste. Mh, ja. Von mir muss man die ganze Zeit so reden. Und das Reich aus unserem Land zu jagen. Folgende Ziele haben bei diesem Einsatz Priorität. Sichern Sie die Umgebung des Hafens, um Ihren Angriff vorzubereiten. Mh. Zerstören Sie die Schiffswerften, die der Feind im Hafengebiet errichtet hat. Mh. Möge das Glück Ihnen Holz sein. Mh. Säubern Sie die Insel von feindlichen Einheiten, zerstören Sie die kaiserliche Aufklärungsbasis, zerstören Sie die weinigen Flotten... Ach, für Gottes Willen. Ähm. Na gut, los geht's. Diese Lade wird schon wieder schnell... Bevor Sie den Hafen angreifen, ist es nötig, auf dieser vorgelagerten Insel einen Stützpunkt zu errichten. Viel Glück. Danke. Hm. Okay. Ich begrüße Sie, Kommandant. Mein Name ist Jana. Ich werde Ihnen mit den besten und loyalsten Truppen der Sowjetunion zur Seite stehen. Jetzt sollten wir erstmal unseren Hafen von den schamlosen Japanern zurückeroben. Hm. Mh. Neues Einsatzziel erhalten. Feindliche Einheit entdeckt. Ich muss die nicht selber lachen, irgendwie. Wenn die, ähm... Äh, ich will hier... Da will ich... Da. Leid. Oh, da kommen die ganzen Bären. Eine Einheit wird angebildet. Ein Richtiges Leben. Und das Verbündete... Und das Verbündete... Und das Verbündete... Und das Verbündete... Genau, noch was. Ihr Schunde! Ich mach es! Jetzt! Vielleicht noch irgendwas... Und, ähm... Ja, wir werden noch... Der Feind ist hier! Da sind sie! Eine Einheit wird angegriffen. Jetzt! Für müde im Russland! Erschlag sie wie Fliegen! Erschlag sie wie Fliegen! Umröck ist einsatzbereit. Gleich kommt noch mehr. Erschlag sie wie Fliegen! Erschlag sie wie Fliegen! Schwere Verluste gemeldet. Wir verstellen unseren Amphibien Stingray ihren Kommando. Eine Einheit wird angegriffen. Ein Ries zu 0. Ich hab nichts getan. Nese... Okay. Natürlich! Natürlich! Ja, aber! Natürlich! Gefällt dir gut? Wer hilft mir? Ähm... Okay, erst so, ich muss erst freiräumen werden. Einsatzziel erreicht! Okay, jetzt kriege ich schon den Bauhof. Feindliche Einheiten entdeckt! Ja, naja klar. Neues Einsatzziel erhalten! Lade mal herröhren! Okay, dann kann ich mich selbst entscheiden, welche Seite ich möchte, ne? Oh, der Stolz! Ähm... An Land, an Land! Was ist das hier für's Leben? Vorsichtig! Äh... Was ist... Was ist dieses 2 da? War da was? Bauen sie eine Kaserne mal hier. Feindliche Einheiten entdeckt! Ruhe! Oh, okay. Ich baue das mal dazwischen rein, glaube ich. Das wird großartig! Von hier werden wir unser Mütterchen Russland von diesen Imperialisten zurückerobern! Ja, dann brauchen wir erstmal ein bisschen Säft. So. Ja. Ja, dann machen wir so zwei Erz... Aber ich kann ja nicht kühlen! Das will ich mich! Bau abgeschlossen! Neue Bauoptionen! Wird gebaut! Beachten Sie, dass Ihr Co-Kommandant Zugriff auf Ihre Ressourcen hat! Alle Einkünfte gehen zu gleichen Teilen an Sie und Ihnen! Ah ja, okay! Okay, okay! Das heißt, er... Feindliche Einheiten entdeckt! Gut, das heißt, wenn er aber was abbaute, kriege ich auch was davon! Das ist ja okay! Das ist ja okay! Jetzt wird gesammelt! Jetzt wird gesammelt! Neues Bonusziel erhalten! Äh, vielleicht noch... Kaserne und Marine-Märmacht! Äh, was wollen wir noch was machen? Dann werden wir erstmal eine Kaserne bauen! Jetzt wird hier... Stingray! Bau abgeschlossen! Jetzt wird gesammelt! Kaserne! Ungeeigneter Bauplatz! Bau abgeschlossen! Neue Bauoptionen! Wird gebaut! Gut! Und wie haben Sie noch... Wie können Sie noch drehen? Oh, oh! Ich weiß nicht mehr! Was war noch drehen? Ich meine, es geht auch so... Aber, ähm... Weiß nicht mehr! Naja, gut! Was haben wir noch? Wir haben... Es wären... Wir haben... Ausbildung! Ja, bauen wir mal ein bisschen was! Ausbildung abgeschlossen! Ausbildung abgeschlossen! Ähm, kann ich hier irgendwie abfragen? Flagg-Truppe meldet sich zum Dienst! Ausbildung abgeschlossen! Bau abgeschlossen! Neue Bauoptionen! Zu wenig Energie! Ah! Wird gebaut! Ausbildung abgeschlossen! General Krughoff würde über Ihre Niederlage keine Träne vergessen, mein Freund! So ein Fehlschlag wäre für meine Autorität äußerst unerfreulich! Und er würde Krughoffs Machtgier und Einfluss vergrößern! Machen Sie ihm einen Strich durch die Rechnung! Bau abgeschlossen! Ausbildung abgeschlossen! Schlag-Truppe meldet sich zum Dienst! Neue Kamera? Feindlicher Stützpunkt entdeckt! Flagg-Truppe meldet sich zum Dienst! Neues Einsatzziel erhalten! Unser Verbündeter wird angegriffen! Ausbildung abgeschlossen! Flagg-Truppe meldet sich zum Dienst! Eine Einheit wird angegriffen! Flagg-Truppe meldet sich zum Dienst! Feindlicher Strukturfeld Egypte umge-Truppe, Glader Sie mit der USe канал trophy Euro! Das-Fol Nicole? еличfiliale Strukturbruch! Hm?! Dasw excellence sind unaumer... Und wir regnen, aber was sixtharam ist? So was wollen wir hier noch nehmen? Um 10% Me persona mit dem Station aufией Tourgev Orchestra Ja, ähm, wir haben auch jetzt gerade auch hier Wohlfrock-Transporter einsatzbereit So Ja, ja, ja Wohlfrock-Transporter einsatzbereit Das baut er, er baut auch schon wie blöd, ne? Wir haben ja gescherte Mittel Ja, es macht keinen Sinn, äh, irgendwie zwei Sammler Das war so ein bisschen knapp der Kasse Wohlfrock-Transporter einsatzbereit Wohlfrock-Transporter einsatzbereit Wohlfrock-Transporter einsatzbereit So Okay, passt denn da rein? Bau abgeschlossen Bonus-Ziel erreicht Okay, okay So, ähm, jetzt müssen wir halt irgendwie Oh, das ist ja auch weh Gute Arbeit Diese Abwehrsysteme schützen ihren Stützpunkt vor Angriffen Wird gebaut Die Energieversorgung ein bisschen verteilt Naja, ein bisschen verteilt ist auch gut Ähm, weil wir sind am Anschlag Am Anschlag? Jetzt ist die Frage Bau abgeschlossen Wird gebaut Wie wir da jetzt übersetzen Ob wir wirklich Ich zeige Ihnen die Gegend Will jemand mitfahren? Ja Das heißt, wir hören hier so Wohlfrock-Transporter einsatzbereit Wohlfrock-Transporter einsatzbereit Wohlfrock-Transporter einsatzbereit Ich zeige Ihnen die Gegend gar nichts hier doch jetzt mal ein bisschen aufräumen wir kommen ja nicht rein ich bin unschuldig er ist kann nicht reinpacken ja eine einheit wird angegriffen 2 ist denn alle aufgrieben worden noch ein paar wir haben doch noch hier punkte blödsinn was können wir machen wir können das reicht noch nicht es ist energie oder das ist das generator stimmt wir können den strom abschalten das können wir machen das ist eins neues einsatz ziel erhalten ja ja zwei hallo wo kommt die alle mit mir eine einheit wird angegriffen feindliche einheiten entdeckt so machen wir hier zeig spulen bereit ja transporter steht bereit unser verbindlicher wird angegriffen verbindung vorbereiten elektronen aufladen das ist ein bisschen teuer ist die drednaut sind einsatzbereit mit ihnen können wir die feindliche verteidigung knacken intakte drednaut mit diesen schiffen erobern wir wladivostok zurück systeme bereit die drednaut und ihre besatzung sind bereit und da ist so ganz schön aufgelöst hier sehr riesig aufgeladen ich muss noch ein paar transporter die erreicht batterien sind aufgeladen okay das ging jetzt nicht werleidige feiglinge verschwinden aus unserem land wohlfrog transporter einsatzbereit kann ja so ich hätte jetzt irgendwie das einnehmen müssen oder wie die zerstören das wird alles schade okay ja gut ich hätte irgendwie so eine werfein was ist das hier ich hätte natürlich auch hier mit dingens arbeiten können aber wie finde ich jetzt einsatzbereit wo gehen wir sich hin weil ich muss ja jetzt irgendwie nach dann wahrscheinlich gibt es wenn die zerstört sind die zerstört sind äh okay wer ist sie? Dana? Dana macht das okay ich würde jetzt gerne irgendwie so einen schwimmenden bauhof bauen wenn ich das kann oder kann ich einfach zusammen packen oder? kann ich das einfach machen? das ist einfach zusammenpacken oder? kann ich das einfach machen? äh hier wir kommen feindlicher stützpunkt entdeckt feindliche einheiten entdeckt tut gut wieder russische gesichter zu sehen wir setzen ihre gebäude entstand kein problem wie geht's? wie geht's? wie steht's? so hier sind wir ein bisschen ausbildung ausbildung abgeschlossen ausbildung abgeschlossen stingray sehen uns dort der geht nicht so raus der wird dann fahren was? die können ja fahren die können ja an land das ist ja wahnsinn wir platzieren sich hier ich weiß nicht wie das drehen ging ok wer rettet die arena vor? swing 2 bau abgeschlossen aha äh hey weißt du ich hab doch jetzt hier bestätigen orbital regen bereit kann ich dich hier bestätigen ah uh hospital hospital und dann bauen wir jetzt noch eine raffende angriffenrie von liebes verteidigung feindlicher stützpunkt entdeckt dass die alles entdecken ok können wir schon mal geschlossen ziel wählen hat er den eingenommen oder wie? hab ich gerade war das vielleicht nicht so gut ups 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 würde ich sagen ok ähm also sind wir hier mal ein bisschen feindlicher stützpunkt entdeckt ja 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 meine güte sowas hier kommt das hier da bau abgeschlossen ist der jetzt besetzt oder nicht? das weiß man nicht ja jetzt bin ich ganz fertig ich würde sagen ich mache nämlich gleich auch eine kleine aufnehepause ich kann ja hier so beliebig speichern ne ich kann ja hier ja ich kann ja ja ich kann ja ja ich kann ja wenn ich hier noch wenn der premier uns jetzt wenn der premier uns jetzt ja das gibt so viel zu nix er ist ja Moment wir müssen uns mal kurz das mit dem bisschen koordinieren so und jetzt können wir hier auch auf der seite noch eine Karsaner 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 ja Magnetsatellit bereit ich weiß, wenn ich ganz wieder mitmachen soll im Moment aber so haben wir da jetzt noch irgendwas fertig? ne wir können jetzt hier aber schon mal ordentlich Ausbildung wir kommen ja da auch rüber ne Ausbildung abgeschlossen Unser Verbündeter wird angegriffen ja 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 Ausbildung abgeschlossen Ich werde bald mal wieder aufbieten Talschrott da drauf Kann ich das aus größerer Entfernung? was hat denn der Reichweite? das ist unser Tatgenossen macht ihnen ein Ende ja hey die Treppenort und ihre Besatzung sind bereit ja das ist natürlich hervorragend damit arbeitet man natürlich gerne damit arbeiten wir natürlich gerne aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge danke fürs zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüssikowski Tee ha 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 pfff Vielen Dank.